Musik 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 Allihallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Rasen bleibt gesund Heute laufen wir beim Paradiesweg Nee! Heute machen wir eine Wanderung durch das Paradiestal Wir würden uns freuen wenn ihr uns ein Stück begleitet Musik 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 Was machst du mit den ganzen Stücken? Was spielst du mit Mikado? Was ist das für die Stücke? Was ist das für die Stücke? Die Stücke ist in der Stücke. Die Stücke ist in der Stücke. Das ist auch noch ein paar Tage. Musik Musik Wollen wir noch ein Stück reden? Ja, der stoppt Wir nehmen die Jungen Musik 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 so hier ist schon wieder ein grenzpunkt und wir wissen auch zu welchem start das die grenze ist und zwar zum sogenannten ameisen start tata ja Ja? Ja. Geht mir jemand? Ja. Geht doch mal hoch. Geht doch mal hoch. Geht doch mal hoch. Hier ist ein Satz Seel. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Es war eine sehr schöne Wanderung, aber heute, naja, sieht es nicht gut aus. Wahrscheinlich denkt ihr, was das ist. Plastik oder Papier. Das ist nicht gut für die Umwelt. Wir haben viel eingesammelt und wir zeigen euch mal, was wir eingesammelt haben. Sogar eine Schlappe im Gebüsch. Das muss ja wirklich nicht sein. Könnt ihr, wenn ihr Müll seht, vielleicht einsammeln und euren eigenen Müll bitte mitnehmen. Danke. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass euch die Runde gefallen hat. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und dann bleibt uns nur zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.